So, die kleine Rasselbande, die ganz kleinen werden versorgt, der Mamas. Eigentlich sollen sie schon von alleine futtern, aber sie bekommen wahrscheinlich so viel Milch von den Mammis. Da muss man ja nicht unbedingt selber fressen, außer Cara. Cara frisst richtig toll schon von alleine. Na, geht schön aufs Klo, die Cara, die Kaderchen mögen das noch nicht, ne? Ja. 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 Solange die Mamas noch ganz viel Milch haben, brauchen wir ja nicht alleine futtern, ne, Cara? Du machst das schon, ne? Freund, wer ist denn das? Sieht aus wie Kenny, ne? Ja, Benno, der hat doch ja auch getuert. Jetzt der Kiano. Ja? 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 Nie? Ja? Ja? Vielen Dank.